Es ist vollbracht, wir sind fertig mit der neuen EP Shibuya Beach, frisch abgemischt, zu Ende, fix und allerdings werdet ihr sie erst später zu hören bekommen. Wann ist denn ungefähr? Ungefähr, Release ist angepeilt, Februar 2013, aber jetzt hier im schönen Studio Shesheri, hier in Berlin haben wir die letzten Tage hart am Rechner geschuftet mit unserem fantastischen Engineer, Mixmaster. Meister des Getter-Mixes. Giovanni, genau der One and Only. Und ja, guckt es euch an, die Impressionen der letzten Tage, es lohnt sich. Das ist die Gitarre, ne? Das ist die Gitarre, ja. Interessant. Ähm. So Dallek phase. Ja. Ne Zitat dem Hahn. Vielen Dank.